Hallo, mein Name ist Verena Lackinger. Ich bin 17 und werde im August 18. Ich bin gerade auf der Suche nach einem Mediendesigner-Lehrer oder etwas Kreativem, so Mediendesign-Bevortrag. Was ist denn die Vorbildung? Also ich bin jetzt ein Jahr Schneider-Lehrling gewesen, habe die Berufsschule mit ausgezeichneter Erfolg abgeschlossen und davor bin ich anderthalb Jahre auf die Moderschule gegangen. Bundesgymnasium und Zaunergasse habe ich vier Jahre gemacht. Und wo soll der Arbeitsort sein? Im Idealfall Salzburg, in der Nähe von mir. Also ich mache gerade A- und B-Führerschein, so eine Stunde mit dem Auto wäre schon okay. Und was sind deine Hobbys? Ich zeichne sehr viel und gern. Ich spiele Gitarre, äh E-Gitarre. Ich mache Sport, Tennis und Stackleine. Und ja, das war's eigentlich. Ich gebe éléments immer nochmal k magazinesier. Ich h creek bus es noch immer...